Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von RM Charles, ich begrüße euch zurück in The Division 2. Die Home Liga hat begonnen und wir sehen uns natürlich an, was kann sie? Und zwar, wie immer diese Abschnitte, ihr habt wieder zwei Wochen Zeit, wobei bedenkt nach einer Woche wird es resettet. Aber nicht der linke Teil, sondern nur der rechte Teil. Also solltet ihr diese Woche nur 30 Abschnitte schaffen und die nächste Woche die 30 Abschnitte, reicht es auch, um die Belohnungen zu bekommen. Was gibt es alles? Im Grund hier ist es dasselbe wieder, wir haben wieder unsere 10 Ränge und am Ende gibt es wieder eben der vorletzte exotische Behälter. Und zum Schluss gibt es die Freiheitsstatue. Oh, coole Sache. Wie sieht es aus, was müssen wir machen? Und zwar, wir haben Pathway Park auf herausfordernd für den Abschnitt 10 eine Zielzeit von 20 Minuten. Ich sage gleich, es ist schon wieder alles relativ sportlich. Tanker ebenso 20 Minuten für die höchste Abschnittszielzeit. Weiter geht es dann mit Coney Island Vergnügungspark auf herausfordernd. Hier müssen wir zurück nach DC. Hier haben wir 18 Minuten, finde ich auch sportlich. Und Wall Street Heroisch, das finde ich am allersportlichsten, glaube ich, von allem 20 Minuten Zielzeit. Bin ich schon mal gespannt auf Heroisch. Werde ich probieren. Wenn es funktioniert, werde ich natürlich ein GmbH hochladen. Dann haben wir Cleaners. Hier mit blutender Wunde müssen wir 140 Stück schaffen. Ich zeige euch noch gleich, wie ihr es am besten machen könnt. Und Cleaners Eliteeinheiten töten. Hier müssen wir 250, das sind die Goldenen. Sollte auch kein Problem sein, wenn wir diese ganzen Sachen eben für herausfordernd oder heroisch spielen. Wie können wir diese blutenden Wunden verursachen? Ich habe gleich mal nachgesehen, am besten ist natürlich mit dem Drohnenstock. Hier nehmt ihr den Stecher Drohnenstock. Denn hier, der verursacht auch blutende Wunde. Hat 9 Ladungen. Also wenn ihr den einfach in den ganzen Missionen verwendet und immer wieder reinschmeißt, dann habt ihr überhaupt kein Problem, auch auf diese Menge zu kommen. Also in dem Fall ist es relativ einfach gemacht. Brennen wäre vielleicht noch einfacher, da hätte ich schon das optimale Set. Ja, somit Kommentare, Like, Abo gerne gesehen. Schreibt es mir natürlich in die Kommentare, was sagt ihr wieder zu der Liga. Und Liga Gameplay gibt es natürlich bei mir wieder auf Twitch. Selbstverständlich, das fühle ich mich immer live. Also, wir sehen uns dann eben auf Twitch. Und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.